Ich weiß schon lange nicht mehr, was meine Kinder eigentlich machen. Keiner versteht mich. Mir hört sowieso keiner zu. Du schaust mich gar nicht an. Du siehst nur mein Kopftuch. Du siehst nur mein Kopftuch. Solche wie mich nehmen die doch sowieso nicht. Du hörst wenigstens mal zu. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt noch herkommen. bei diesen Leistungen. Ihr macht immer alles kaputt. Ihr macht alles kaputt. Aber ihr habt unsere Zukunft kaputt gemacht. Na, sieh mal einer an. Schon wieder sie? Wollen sie nicht gleich bei uns einziehen? Wir wollen sie hier nicht, sie sind kriminell. Ich kann dir helfen, wenn du eine Ausbildung willst. Mensch Junge, mach doch mal was Vernünftiges. Auf der Straße ist es besser als zu Hause. Hier habe ich Freunde. Ihr habt mir gezeigt, wie viel ich erreichen kann. Na siehst du, du kannst doch was. So einen Job wie ihr möchte ich auch machen. Spazieren gehen und Pizza essen. Musik 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 Und das ist es, es ist es, es ist es, es ist es, es ist es.